Ich bin Anton, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Kreuzberg. Finde ich eigentlich relativ wichtig, weil es geht uns alle etwas an. Und wer nicht wählen geht, der verbraucht sozusagen eine Stimme, die er hätte abgeben können. Finde ich wichtig. Auf jeden Fall. Sehr schön. Gutes finde ich erstmal, dass man relativ viele Möglichkeiten in Europa hat. Einfach dadurch, dass die Länder sich zusammengeschlossen haben. Und einfach genau, ich brauche keinen Reisepass mitnehmen, wenn ich nach Spanien fliegen möchte. Oder genau solche Sachen. Ich kann meinen Wohnort überall selber wählen. In Europa. Genau solche Sachen. Ja, die finde ich sehr gut. Und was gibt es Schlechtes? Gibt es gar nicht so viel Schlechtes eigentlich. Finde ich. Mich macht es glücklich, dass so viele Menschen sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir haben ungefähr die gleichen Werte. Und dann gesagt haben, wir schließen uns sozusagen als eine Union zusammen. Das finde ich eigentlich relativ gut. Und das macht mich glücklich, ja. Also das... Ich habe gar nicht so eine richtige. Ich würde nicht sagen, dass ich mir etwas wünsche. Ich bin relativ zufrieden damit über diese Freiheiten, über die wir schon geredet haben. Die finde ich ganz gut so. Und damit sind meine Wünsche eigentlich schon erfüllt, würde ich sagen. Also wenn man das schon etwa als etwas sieht, was man für Europa tut, dann mache ich ja was für Europa, weil ich gehe jetzt zur Wahl am Mai. Aber generell nicht, würde ich sagen. Also ich treffe sehr viele Leute aus anderen europäischen Ländern und quatsch mit denen. Das ist aber das Einzige so. Bis zum nächsten Mal.